Moin moin und einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu Ich test mal wieder was aus. Das letzte Mal ist ja Mist ein bisschen eskaliert, so zweimal zum Testen und da das Display geendet. Mal gucken, wie das mit Draft läuft. Gucken, Charakter, kann ich den noch viel bearbeiten? Oh ja. Ja, machen wir ihn mal. Oh, Holzfetthemd, das gefällt mir. Ich habe glaube ich genau das gleiche Hemd. Ich habe auch so eine Hose, Dienstling. Sieht eigentlich ganz geil aus, die Kombination. Weil wenn der Bart ein bisschen mehr ist, sieht das richtig gut aus. So. Modeberatung oder Kuiampel. So. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe nur so ein bisschen was dazu gesehen. Also ich glaube wir fangen auf dem Brett an und müssen dafür sorgen, dass es ein größeres Brett wird. Und irgendwann haben wir ein Haus auf einem großen Brett. So, die Zusammenfassung. Neue Welt. Eher tief jetzt nicht unbedingt, ne? Friedlich, entspanntere Werte von Raft und dann geht der keine Gefahr darstellen. Hunger und Durst können einfacher erhalten werden. Gut, das klingt nach Übersetzungsfehler. Ich finde es das nicht. Leichter, wenn man Hunger und Durst einfacher bekommen kann. Inventar geht nach dem Wiederbeleben nicht verloren. Okay. Normal. Durchschnittliche Schwierigkeit für den durchschnittlichen Spieler. Und was beharrt. Du kannst nicht ohne die Hilfe eines Freundes wiederbelebt werden. Da ich es jetzt noch nie gespielt habe. Da ich es noch nie gespielt habe. Und wenn ich es jetzt vielleicht mal auf einfach 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 mal anschauen. Weltname. Äh. Äh. Ich brauche echt nicht mal einen coolen Namen für meine ganzen Welten. Was so was eigentlich gemeintes, was ich überall mal reinsetzen kann. Sonst. Raft. Welt. Stöpf. Ja, Freunde. Welt erschaffen. Einen wunderschönen guten Abend. Chaos-Krümel übrigens. Für die Wildnis üben. Nööööööö. Ja. So ganz spontan jetzt gerade nicht. So. Äh. Oh Gott, ist das klein. Jumpilworld. Okay, das klingt, das klingt irgendwie merkwürdig. Äh. Wie funktioniert das? Okay. Ich habe eine Planke bekommen. Kann ich die doch so einsammeln? Stimmt, oder? Mit E. Okay, okay. Wow. Wow. Ja. Ich bin furchtbar stolz auf meine Zielkünste. Aber ich bin zum Thema Wildnis. Ich war schon echt überlegen, ob ich da ein bisschen mehr draußen mache. Und ich muss auch sagen, ich hatte echt Spaß daran, draußen irgendwie was zu filmen. Auch wenn das, so wie das jetzt geht, natürlich auch sehr improvisiert war. Das ist ein Hai. Wie weit kann ich werfen? Nicht so weit. Traften. Wieder eine Axt. Okay. Steine. Gute Steine, wenn die wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt schwimmen, oder? Holzspeer. Tank und Seil. Okay, okay, okay. Ich soll die Fässer versuchen zu bekommen? Okay. Wir brauchen noch einen Moment. Ich glaube, das hätte ich jetzt, hat sich jetzt auch nicht so gelohnt. Hier, kann ich vielleicht ein paar Sachen mehr abgreifen? Jo, das geht. Nice. Hallo, hi. Weint ihr das so, in etwa mit den Fässern versucht zu kriegen? Uh. 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 Rübel, Steinplatten, ah, da waren Steine drin. Okay. Ich finde, so ergibt das auch irgendwie Sinn. Ich glaube nicht, dass ich einen Stein hier an mir vorbeischwimmen sehen werde. Was bist du? Kunststoff. Okay. Rechtsweil Sachen. Nice. Da vorne ist wieder ein Fass. Das schwimmt aber direkt auf uns zu. Das können wir also abwarten. Keiner Tipp, nicht das Floß verlieren. Nur, ohne das jetzt böse zu meinen. Sach bloß. Ein Spiel namens Floß, dem man komplett auf dem Floß existiert und lebt. Was man da, das Floß vielleicht nicht verlieren sollte. Obwohl, das wäre bestimmt eine witzige Erfahrung. Na. Ja, gut. Das hier mit dem Treffen ist definitiv noch nicht so meine Stärke. Okay. Nichts schwer machen? Ja. Nein. Seile. Wo finde ich die denn? Auch in den Fässern wahrscheinlich, ne? Hi. Tut mir leid. Oh Gott. Warte, ich bin gerade reingeschwungen, ohne zu wissen, ob ich schwimmen kann, aber... Oh, ich kann aus dem Wasser hüpfen. Ich bin ja cool. Okay. Easy. Easy? Jetzt Seil. Ach ja, aber ich brauche noch mehr Seil. Das heißt, ich fische jetzt hier einfach noch mehr Sachen raus. Ah. Der war gut. Ich glaube, der Haken geht doch kaputt, gerade mit der Zeit. Das empfinde ich jetzt gerade als kleines Problem. Ich treibe jetzt genau auf diese Insel zu. Bleibe ich denn da stehen? Oder treibe ich dran vorbei? Nein, ich soll das Floß nicht verlieren, also muss ich mich kurz beeilen. Oh, es treibt dran vorbei, theoretisch. Irgendwas? Cool. Oh Gott. Nicht so viel Zeit hier verbringen. Ich bin aber schneller im Schwimmen als das Floß, oder? Oh, was ist das? Ist da aufnehmen? Bolzen, Planke. Okay. Okay. So viel Risiko, Physiko hier, ne? Geh weg, Hai. Ich will das Fass. Ich will das Fass. Komm, komm, nehm ich auch noch mit. Okay, okay, okay. So, jetzt habe ich genug Seile und müsste mir gleich nochmal ein Speer machen können. Ah. Unser Floß ist kleiner geworden. das ist nicht so geil ist das denn auch ein floß warte mal ich muss mal ganz kurz gucken anbaufläche ich hab doch nichts kann ich das bloß irgendwie vergrößern oh warte mal Bauhammer was das nützlich für die erweiterung deines flohs ja gib her für weitere teile halten ach Säule Wand ah ok ich soll ein Paddel curfen können wollte ich gleich mal gucken erstmal würde ich mal schauen ob ich dieses Fass kriege er wirft mich warum nicht das war jetzt gemein so Paddel Bauhammerplast oh hier Haken den kann ich neu machen gib mir mal ein erster Tag Haiköder warte wo war der denn jetzt um ein Bett Nagel für oh hier Haiköder beschäftige den Hai ok Waffen Holzspeer wow Ausstattung nix Nagel kann ich selber machen auch noch Schrott und die Seile kann ich auch selber machen ah ok Paddel ich brauche ein Seil für warte mal das schaffe ich 1 2 wo ist es nein hier Paddel herstellen ok noch ein Segel dazu setzen Anker nein lässt sich da froh es ankern ok was habe ich hier noch Deko ok wir haben ein Paddel wir haben ein Paddel ah ich habe da drüben zu diesem Fluss kommen können ok ach du Heilige was bist du denn die Wahl ok das ist nicht so schlimm ich hatte in kurzem Moment Angst dass das eine Art Hai sein soll na komm lass uns doch mal nach Fässern schwimmen jetzt sind wir Haifrei ja nein nein schön da ist er wieder ja aber drei Fässer jetzt rausgeholt dann kommt sich zu beschweren vom Gefühl her mal gehen und gucken ob wir da jetzt hinkommen wir nähern uns so kann ich mal kurz Kommentare lesen äh 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 hat dein Video gesehen wahrscheinlich das im Wald das hat es bekommen ja nicht dass du ja nicht das muss von hier ein Stück davon aus ja das habe ich bemerkt leider kannst du aus Palmberg ja schön du hast es mir geschrieben und ich habe es erst jetzt bemerkt danke DuckGaming dass du mir das mit den Sachen eigentlich auch geschrieben hast ist ja ja hau ach hai wahrscheinlich auf dem Fluss gibt es eine Küsse aber es geht direkt runter wenn die Kiste ach die Kiste 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 na komm wo ist die Kiste hä da oben ok wo ist mein Fluss das da darf mein Fluss nicht verlieren ich erinnere mich an den Tipp ist das ein guter Tipp haha komm in mein Fluss ok oh ich glaube ich bin dem Heirat ausgewichen boah vorbildlich zack jetzt treibe ich hier rum also das ist nämlich jetzt dann etwas was bei Kokutobi war der Müllstrahl ist jetzt noch da hinten irgendwo geländert aber da kommt schon der neue Heirat halt den Sperma kurz in der Hand falls der Hai nochmal vorbeikommt beziehungsweise kann ich mir in dem Bett die Nacht über schlafen den Nagel fügel wartet den kann jemand machen mit zwei Stück nein äh wandert einfach ins Bett herstellen und nein und jetzt bin ich runtergesprungen wenn der Hai gerade am Knabern war das habe ich ja richtig toll gemacht okay ich merke ich muss definitiv noch reinkommen ähm los Moment zack so wir sind repariert dann würde ich jetzt gerne das Bettchen bauen ja hinlegen Insel da vorne okay dass es da vorne eine Insel gibt finde ich schon mal richtig cool da muss ich aber natürlich hinpaddeln Blumen sollen wohl nur Farbe sein wenn ich es richtig sehe kann ich den hier auch rausschmeißen jetzt auf die Schnelle habe ich glaube ich nicht vor was anzumalen so ich glaube das Paddel macht nicht mehr lange mit hier wieder eine Kiste oben drauf oder so Ananas okay Ananas kann ich da habe ich die Ananas hier rausgeschmissen ich hält und bloß ist da hinten hier kann ich jetzt so die ich sehe auf dem Fluss Schwimmsubulator dafür ist jetzt natürlich der Moment geil wenn man jetzt so Anker hätte hier könnte ich ankern wie es halt so typisch ist für einen Anker dass man ankern kann ah Baumfällen dafür brauche ich die Axt die hätte ich schon gesehen oh ich bin froh dass der Heim noch so oh ich sehe auch gerade ich habe Durst beziehungsweise Hunger da sollte ich mich vielleicht mal drum kümmern ich habe ein volles Inventar ich soll mich jetzt nicht davon abhalten noch mehr Sachen zu nehmen oh meine Zielkunst ist das größere Problem geil das war besser Bauplan Empfänger ähm okay ich muss gucken kann ich eine Kiste bauen was ist das kleines Lager jo wo ist das da aha 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 So, wieder Platz für Dinge. Okay, Kiste gefunden. Das ist noch in einem Stück, dann können wir mal gucken, ob das vielleicht vergrößert wird. Jetzt habe ich die ganzen Sachen hier weggeschmissen. Was habe ich denn alles weggeschmissen? Nein, habe ich nicht. Oh. Ist das Kunststoff, das fehlt? Ja, Kunststoff. Oh, Plastik! Warum gibt es davon ja genug im Meer? Ja. Ahem. Menschen sind schon was Tolles. Wassersammler. Ja, das klingt sinnvoll. Ich guck gleich mal. Klang gewesen ist es noch. Das ist ja so ein Schiff. Nein. 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 Ich brauche mehr Plastik. Hört man das nicht gern? Ja, frohes Vergrößern ist eine gute Idee. Mach nicht, sobald ich mehr Plastik habe. Oh, ähm, Adel. Ich brauche noch mehr Kunststoff für, äh, ok. Kunststoff, komm her, komm her. Wo ist es noch auf dem Weg zu uns, nett. Pflanzenwarnfarben brauche ich jetzt spontan nicht. Axt habe ich nicht. Ok, dann ist es hier auf der Seite jetzt nicht so gut zu holen. Gut, das wird sich festgefahren. Das heißt, das heißt aber, ab jetzt brauche ich zwingend ein Paddel, um überhaupt wegzukommen. Ok. Kann ich den Hai auch einfach wegpiepen? Grundstoff. Ah, das sollte vorsichtig sein. Am Meeresrund kann es auch Ressourcen geben. Na komm her, komm her. Schauen wir mal, weil unser Floß ist ja was festgesetzt. Na komm her. Ich glaube, ich sehe da was mit Teilschrott. Ah, gedrückt halten, ok. Ja. Das Problem ist jetzt tatsächlich, ich muss mir mit dem Plastik, was ich jetzt habe, ein Paddel bauen, in der Hoffnung, dass ich genug habe, mit Seil. Das kriege ich aber hin, das war ja nur aus Palmenblättern. Aus meinem Fuß? Ja. So. Weg! Das passiert, ok, ok. Seil. Paddel. Ne, 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 ne. Ich brauche noch mehr, ich brauche mehr Plastik. Ist ja ätzend. Out! Welt, bringen wir uns mal weg von dieser Insel. Haben wir mit dem Ding eigentlich stranden? Das haben wir gleich. Wenn du den Hai besiehst und abbaust, kriegst du Fleisch und einen Haikorb, den du dann aufsetzen kannst, um beim Tauchen nicht von einem Hai angegriffen zu werden. Okay, das klingt verrückt. Boah, das klingt wirklich verrückt. Ja. Na, 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 na. So. 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 So, wir sind wieder auf Weiterfahrt. sehr schön. Oh, Plastik. Jo. Was? So. 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 gleichzeitig machen okay fässer voraus enden ist wieder floß aber da paddel ich jetzt mal nicht hin muss mich wirklich konzentrieren jetzt mal kunststoff rauszusammeln so kaputt ist nicht so schlimm ich habe mir einen ersatz gemacht da kommen jetzt einiges an plastikflaschen die hole ich mir so kommst du mir schwimmen wasserraum wir die alle haben das war ein ordentlicher plastik schub sehr schön das ist weg das ist weg oh Oh. Okay. Machen wir doch direkt die nächste Nacht mal, ne? Schauen wir auf. Sehr schön. Oh. Die vergrößern uns. Du wolltest was essen, du verlierst Leben. Ich hab was zu essen. Tuffels sind jetzt nicht so geil. Hab ich hier noch was? Tuffels sind jetzt nicht so geil. Lohnt Samen. Nee, der joggt nicht. Aber wir sollten die Insel mal anfahren. Wie leicht ist da Essen drauf? Jetzt gehen wir schon so ordentlich auf die Paddel-Haltbarkeit. Ach, komm, 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 komm. Ging die Meeresströmung, du bist stärker als das Meer. Stärker als das Meer. Grillte Kartoffeln klingt grundsätzlich schon mal gut. Ein Essen. Das Schrott, das ich runter sammeln kann. Ich hole lieber das Floß ein. Ich hole lieber das Floß ein. Ballen. Und... hoch mich hier. Weg. ok dass ich den hier perfekt klagen kann es ganz angenehm planken und plastik ich brauche das plastik haben ich meinte es ernst danke schrott kunstdorf sehr schön gut da vorne kommt wieder ein bisschen plastik und auch holz sehr angenehm sind einmal rum oder aus zwei mal zwei wird vier mal vier kann ich mit leben begeistert ok ich glaube das ist vielleicht etwas wo dieses spiel seine motivation noch mit raus zieht ich habe richtig bock ständig neue sachen zu holen ich will größer werden wahrscheinlich kann man später richtig cool einer scheiß noch bauen ich sehe gerade du für mich das problem ich nehme den heim nicht sonst nicht ernst weiß ich ob das jetzt gut ist oder nicht mir muss ich dann mal wieder was essen kartoffeln feuerstelle ja auch feuerstelle hast du auch gerade noch mal geschrieben ja dann den schönen abend noch kurzes vergnügen heute okay 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 plastik oh hey das hat tatsächlich geklappt ich bin begeistert feuerstelle das halte ich für super schlau will ich haben oh ich habe alles dafür im Inventar ich bin ja begeistert wofür mach ich dich an geht von alleine an okay grund des homers jetzt schaden zu kriegen ist natürlich nicht so geil aber ich glaube das krimische und griff ich weiß jetzt natürlich nicht wie viel so eine ofenkartoffel jetzt bringt aber wird uns sicher irgendwas bringen ich dachte ich habe das problem ich nehme den heim nicht sonderlich ernst eigentlich nicht so geil natürlich jetzt ein bisschen blöd auch mit hunger und heim kombination also irgendwas davon sollte ich jetzt ernst nehmen so ruf meine kartoffel durch uuuuuh yesen so warte hier unten rein oh gar nicht so schlecht ich habe jetzt auch durst ich muss gleich den wasserreiniger machen auch mit planken befeuert machen wir machen wir hier reiniger herstellen herstellen haben wir alles da wow äh äh da unten tak äh mit einer Tasse wahrscheinlich auffüllen ne ok ok glaub ich hab ihm noch felder gesehen ich glaub ich kann die dinge auch anbauen oder ja das ich finde das ergibt Sinn was du sagst aber eins nach dem anderen bin ich jetzt mal mit dem hier beschäftigt vielleicht denn noch tolles bauen hier am Schiff Adel Wurf Anker Wimpel nasser Ziegel ok Sperr lass mal diesen Forschungstisch hier bauen herstellen klingt auch sinnvoll Gegenstand zum Erforschen Mein Fluss Mein Fluss Mein Fluss sanft das uh den darf ich den darf nicht weg in den Kisten ist ja richtig viel drin ja hi 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 ich habe das Gefühl dass wenn man Hunger hat langsamer schwimmen ey das ist bitter super danke 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 replatzieren hab ich jetzt grad salzwasser getrunken ich glaube ich sterbe am Hunger läuft richtig gut bei mir Moin 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 John Moin Moin John und viel Plastik voraus Essen wär mir lieber wir haben noch was hier wir haben noch was hier wir haben noch was hier füllen trinken ah ok Durst haben wir gleich keinen mehr sehr angenehm Essen Wunderbar dann guck ich jetzt mal Forschungstisch da stand was irgendwas spannendes wegen automatische Sachen einsammeln ach du wie lang ist denn ah Sammelnetz fängt automatisch Objekte ab die hineinschwimmen fortgeschrittenes Sammelnetz fängt automatisch Gegenstände auf die hineinschwimmen kann mehr Objekte enthalten als dann einfach ok die Tarnbarren ok Nagel erforscht doch mal Nagel ne Planke ne Planke ah Sammelnetz lerne ha ist ja geil geil 3 Stück warte die kann ich mir machen oder sammelnetz herstellen sammelnetz herstellen sammelnetz herstellen wo ist denn hier vorne wo ist denn hier vorne eh oh cool das ist geil auch wenn ich das glaub ich gern gedreht hätte auch wenn ich das glaub ich gern gedreht hätte oh der Gaming du wütst als wenn du das Spielhäuptler gespielt hast ähm mach ich es kaputt wenn ich es entferne oder kann ich es dann einfach neu platzieren kannst du mir das sagen ja John allererstes mal tatsächlich ich bin noch ein bisschen unbeholfen ist denn wieder im Invent aber das ist in Ordnung es geht mir jetzt grad einfach nur damit ich mich gut fühle mit oh krass gut im Invent finde ich in Ordnung schlafen 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 ja alles gut da kostet ja nix lese auch nicht ah sorry haha der war gemein der war gemein aber ich glaube ich würde hier auch langsam mal einen kleinen Schnitt machen für den mit Schnitt von YouTube äh entsprechend sag ich mal richtig wie YouTube vielen, vielen Dank fürs zuschauen äh es werden weitere Schnitte folgen äh